Ne Oh nein ich will die Einstiegswaffe wieder Alter was ein krasser Wurf Geht das dahin? Greif Ohren Vergeltung, die Fehler werden wir nach hier in der Gegend Die Perspektive hat er nicht angeversuchte Massim-Chancell, Robin Ja ja ja, mach ich Bam! Haha, daneben Haha, daneben Das ist schon lustig Eventuell Schon eventuell Geh mal wieder hier hoch Bewachen Geh bitte da hoch, danke Guck Brachen Rauf Hier ist nichts Wow Na gut, dann ist da halt nichts Geh halt Darunter Kann man das auch schneller laufen lassen? Das wäre mir cool Das ist so In jedem Spiel so Kann ich mal schneller laufen? Mh Mh So Du 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 Fetzer Fetzer Oh, das wollte ich so gar nicht machen Was denn? So wie das hier gerade passiert ist Was ist denn passiert? Ja, hätte sie mal zugeguckt Ja, ich bin hier gerade mal geschäftigt, das weißt du 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 Kann ich euch auch heilen eigentlich? Ist das in einem Rahmen des Unmöglichen? Oh Uh Uh Du Regiert die Welt Sentense Ihr arme Hunde habt hoffentlich Schutz idag mitgebracht Er hat so eine russische Mütze, deswegen Ja ich weiss Passt mich das echt lustig Was weisst du? Hm Überwacht. Weißt du, was lustig ist? Nein. Okay. Das kann ein bisschen sein. Alter, mit einem Schuss beide auf einmal weg. Der Geschmack des Sieges liegt in der Luft, meine Freunde. Der Geschmack des Sieges. Auffällig und bequem. Mit weichem, schützendem Innenfutter erfüllt seinen Zweck bei Hitze und Kälte. Was steht denn da oben drüber? Uschanka. Was ist das? Also Ucha oder Usche sind ja die Ohren. Ja. Und Uschanka, das ist sowas wie... Warum steht das da drüber? Weil das Item so heißt. What the fuck ist ein Hut? Ja, das ist der Typ des Items. Das ist der Name. Ah ja. Das ist ein Beutesack. Eine Gransland Shorty. Gransland Shorty. Water. Glutbox. Alter, so eine Ass. Uzi. 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 Diese Drillinge werden so schnell keinen Farmer mehr Ärger machen. Wir sollten den Schrottern die Guts-Lieferung geklaut haben und eine Lehre erteilen. Jupp. Deswegen gehen wir da jetzt hin. Das Schiff sieht ziemlich groß aus, man. Vielleicht sollten wir umkehren und in der Bar mehr Leute anreieren. Uns ist auch eine grimmige junge Dame in Guts Bar begegnet. Okay, wir probieren es mal. Vielleicht können wir jetzt diese neue, die eine Tussi da anreuern. Die schien da gewissermaßen stark zu sein, tatsächlich. Da, Dida. Der hat schon so ein Ausrufezeichen. Ich kann es mir den Größten aufnehmen, oder ich erschieße sie einfach. Aber für den falschen Kapitän mache ich keinen Fingerkrumm. Ich mache nur bei euch mit, wenn euer Ruf passt. Alter, ich habe jetzt Ruf 6. Wow. Na ja. Ja, ich kann euch den Bösen ab dem Wett. Reicht dabei. Wir auf der Farm. Okay. Dann geht's ab. Würde ich sagen. Okay, dann können wir mit 3. Zerstört den Generator. Holt euch Guts Waren. Räumt das Schiff. Eine Spalterin namens Edna Jane hat sich mit Guts gesamter Monatslieferung aus dem Staub gemacht. Findet die Kisten und haut ab. Schmuggler Kapitän Piper. So, bei dem möchte ich die... Ich würde gerne... Ich würde gerne... Schmuggler Kapitän Piper. Okay. Ah, das Pistole. Ich habe echt keine Ahnung von Waffen. Ich würde einfach die schönste auswählen. Okay. Weil sowas bin ich immer voll aufgeschmissen. Denken wir, hey... Schaden 3 mit ihrer Standardwaffe. Das ist 3 bis 4. Das ist immerhin plus 1. Und hier macht sie sicher 4. Dann nehmen wir mal die. Habe ich noch irgendwas, was man ausrüsten kann? Dann machen wir mal einen Start. Abbrechen. Dann nehmen wir mal den. Okay. Dann probieren wir es mal so. Hinweis mit dem Abwechslung. Oder während der Bewegung. Ah ja, okay. Für was brauche ich das? Diese Panzertür... Diese Panzertür ist ziemlich fest verschlossen. Ich bin sicher, dass da die Beute drin ist, inklusive Gatslieferung. Das Sicherheitssystem lüfte bei einem Generator. Den machen wir kaputt und dann greifen wir zu. Zerstört den Generator. Wo ist dieser Generator, bitte? Gehen wir als erstes da runter. Weißt du, was ich an dem Spiel mag? Genau. Dass das so Steampunk-mäßig ist. So dumm. Ja. Das habe ich mir fast schon gedacht, als du gesagt hast. Weißt du, was ich daran mag? Du spasst. Was du spasst? Okay. Geh du vor. Verwachen. Du mach auf. Da-bam-bam. Da-da-da-da-da-bam. Da-da-da-da-da-bam. So drive mal an hier. Na, das soll doch drin sein, oder? Yeah. Gut, geht immer vor. Und greif an. Alter, weg bist du da. Du ist ja weg. Alter, die haben so Crowbars. Richtige Creme. So stellst du dich da oben hin. Gau. Gravann. Kaboom. Dein ist weg. Und jetzt Selly noch. Der ist gestorben beim Angriff? Le? Wie das? Wie geht das bitte? Das ist natürlich eine sehr praktische Funktion hier mit Tab. Tab-Bulatur, dass ich schon im Laufen die Leute ändern kann. Voll gut. So, ist das hier was? Ne, irgendwie nicht. Was ist das denn ernst? Was? Das. Was? Dieses... Wow, die Leute fragen sich jetzt. What the hell is going on? Wobei die Leute eigentlich nur ich und Mubot sind. Bitte red nicht mit dieser traurige Tatsache. Mubot, Mubot. 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 What the fuck? Was? What's going on, girl? Oh, das war ein nicht durchlässiger... Oh, das wusste ich nicht. Oh, das wusste ich nicht. Und den im Korb. Nice. Geh vor. Greifen an. Wie, das geht da oben nicht. Ha, das geht einfach. So, greifst du den Sack ab. Würde ich sagen, du möchtest direkt hoch. Lass mal hier links. Du kommst mit. So, du darfst bewachen. Wie man das hier so schön nennt. Nice. Mach open. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich wusste doch, dass er von alleine kommt. Oha. Ich wusste gar nicht, dass Piper mit dem... Äh, mit den Fäusten kämpfen kann. Toll. Ja. Wenn er direkt einen vorsichert, dann macht er so nen Faustkampf. So, babu. Vom babu. So, geh du da hin. So, geh du da hin. So, geh du da hin. Oh man, der Piper, der Haupttyp, hat aktuell nicht so die KP. Alter, das geht hier nicht auf. Fuck. Wo kann ich denn sonst noch hin? Fuck, ich muss da hin. Oh, fuck. Fuck.